Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal gemeinsam an, wie wir uns in neuen Schritten für den neuen Raid Pechschwingen hort oder im englischen auch genannt BWL, was ausgesprochen Blackwing Lear bedeutet, am besten vorbereiten. Nachdem die meisten Gilden den geschmolzenen Kern schon gefühlt blind laufen können und die Drachendame Onyxia ebenfalls schon das ein oder andere Mal in den Trick befördert haben, wird es Zeit, dass der nächste Raid, welcher mit Phase 3 am 12. Februar seine Pforten öffnet, erscheint. BWL ist ein 40-Mann-Raid mit 8 Bossen, welcher sich auf der Spitze des Black Rocks befindet. Hier droppen zudem 6 Teile aus dem T2-Set und das Schmieden der legendären Waffe Thunderfury wird möglich. Falls ihr mich kostenlos supporten wollt, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben oder vielleicht da sogar ein Abo freuen, vielen Dank auf jeden Fall. Um in den Pechschwingen hort eintreten zu können, braucht ihr eigentlich keine Quests, da diese über einen Instanzeingang in UBRS betretbar wäre, wie zum Beispiel der geschmolzene Kern ja auch über die Black Rock Tiefen. Um sich allerdings einiges an Zeit zu sparen, gibt es eine Vorquest für einen Teleport, was definitiv auch der einzige sinnvolle Weg ist, wenn wir uns mal ehrlich sind. Es gibt für besagte Vorquest, welche schon ab jetzt machbar ist, allerdings keinen richtigen Questgeber. Vielmehr ist ein NPC namens Rüstmeister der Schmetterschilde zu töten, der einen Brief mit sich trägt. Ein Rechtsklick auf diesen Brief startet die Quest Blackhands Befehl. Der Rüstmeister steht im Black Rock in der Nähe des Eingangs zur oberen Black Rock Spitze. Vor dem Instanztor zur Black Rock Spitze stehend, wendet ihr euch nach rechts, läuft etwa zehn Meter den Gang entlang und dann biegt nach links ab. Dem Rüstmeister stehen zwei Wachen zur Seite. Nach dem Looten der Leiche startet ihr den Quest, indem ihr den gefundenen Brief anklingt. Jetzt ist nur noch ein Besuch bei General Trakisat erforderlich, das bedeutet ab nach UBRS. Nach dessen Ableben reicht ein Klick auf die Kugel direkt hinter seinem ursprünglichen Standort, um die Quest abzuschließen und den Eingang in den Pechschwinghort freizuschalten. Der befindet sich übrigens am Ende des Ganges, von dem man zum Rüstmeister vorher links abgebogen war, also auch ganz in der Nähe des Black Rock Spitzen Instanzeingangs. Auch hier steht eine Kugel auf einem Podest, die euch nun direkt in die Instanz bringt. Wer in BWL den Endboss Nefarian bezwingen will und es definitiv bei den anderen Drachenbossen in der Instanz leichter haben möchte, also ab Boss Nummer 4, der benötigt zwingend den Onyxia-Schuppenumhang und zwar nicht nur für Tanks, sondern für den gesamten Raid, der euch dieser Immun gegen eine spezielle Fähigkeit macht namens Schattenflamme, wobei Immun etwas übertrieben ist. Man bekommt jedoch keinen Dot mehr, der pro Sekunde um die 2000 Schaden plus abschließende Damage macht. Beim Nefarian Kampf, also dem letzten Endboss aus BWL, ist es eigentlich unausweichlich von Schattenflamme getroffen zu werden. Wer dort also keinen Umhang hat, wird definitiv sterben, außer ihr seid ein Paladin mit Bubble oder Mage mit Eisblock, worauf ich mich aber nicht unbedingt verlassen würde. Wie bekomme ich jetzt aber besagten Onyxia-Schuppenumhang? Grundvoraussetzung dafür ist es, dass ihr einen Lederverarbeiter aus eurem Raid nach dem Sieg über Onyxia den Kopf von Onyxia gebt, damit dieser in der jeweiligen Hauptstadt die Quest die Reise beginnt erst erhält. Am Ende winkt euch das Muster Onyxia-Schuppenumhang. Für die Herstellung benötigt ihr eine Schuppe von Onyxia, einen Aschenstoffumhang sowie einen Runenfaden. Die Schuppe kann ein Kirschner mit dem Skill 315 von der Leiche von Onyxia-Kirschnern. 315 erreicht ihr übrigens mit Finkels Kirschner-Messer aus UBS, welches euch plus 10 Skillpunkte gibt, sowie der Verzauberung plus 5 Kirschnern auf Hände. Das Schneiderei-Rezept für den Aschenstoffumhang, also der grüne Umhang, welchen ihr für den Ony-Umhang benötigt, müsst ihr farmen. Dieses Drop bei den Feuerwandlern in der brennenden Steppe mit einer Drop-Chance von etwa 3% oder einfach im Auktionshaus kaufen. Die Herstellung kostet 5 Runenstoffballen, eine Essenz des Feuers sowie einen Runenfaden. Kleiner Goldtipp am Rande, das Rezept geht zum jetzigen Zeitpunkt, wo BWL noch nicht offen ist, für mindestens 80-100 Gold weg. Farmen könnte sich ja so lohnen, ihr könnt euch natürlich auch einfach den Umhang an und für sich im AHA schießen. Wir haben also unsere Zugangs-Quest und können uns von Blackrock aus direkt nach BWL porten. Zudem besitzen wir Onyxia-Schuppenumhang, welchen wir allerdings erster Boss Nummer 4 benötigen. Jetzt würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, genügend Feuerwiderstand zu haben. Bei den vorherigen Raids, dem geschmolzenen Kern, sowie Onyxia reicht es eigentlich, wenn die Tanks ihren Feuerwiderstand so weit maximiert haben, dass wortwörtlich nichts mehr anbrennen kann. Selbst bei Ragnaros ist es kein Problem, dass sich Schadensaus-Teiler und Teiler nur mit Feuerschutztränken schützen. Im Pechschwingen-Hort erwarten euch bei einigen Bossen jedoch gefährliche Feuerangriffe. Ab z.B. Boss Nummer 2 namens Valestras geht das Spiel schon los. Dieser wirkt in regelmäßigen Abständen einen Feuer-AOE-Schaden, den es am besten zu widerstehen gilt. Richtwerte sind für Tanks auf jeden Fall so viel wie geht. Für Nahkämpferklassen um die 150 bis 200 und für alle anderen wäre es schön, wenn zumindest die 100er Marke angekratzt wird. Nachdem ihr für BWL sowieso schon MC und Onyxia-Farm-Status haben solltet, werdet ihr schon das ein oder andere T1-Z-Teil haben, was neben guten Stats zugleich einiges an Feuerwiderstand bringt. Auch andere Nicht-Z-Teile aus den Raids sind Spitze, wie z.B. die brandwachen Schultern aus der Kiste von Maiodomus, dem vorletzten Boss im Molten Chor. Dazu kommt natürlich noch die Halskette für die Onypre sowie den in Punkt 2 genannten Schuppenumhang, welche jeder man haben sollte. Vergesst zudem nicht, dass die Thorium-Bruderschaft ab Phase 3 neue Rezepte für Gegenstände zu verkaufen hat, welche ordentlich Feuerwehr sie haben. Die richtige Rufstufe natürlich vorausgesetzt. Dazu kommen noch zu guter Letzt die Verzauberung von der Agentum-Dämmerung oder das Buchband der Abhärtung für Kopf- und Hosenteile. Beim zweiten Bosskampf gegen Valestras, welcher zum roten Drachenschwamm gehört und eigentlich gegen Nefarian kämpft, jedoch von diesem verdorben wurde, spielt das Ressourcenmanagement rund um Wut, Mana oder Energie für Tanks-Heiler und Damage-Dealer überhaupt keine Rolle. Ganz im Gegenteil, müsst ihr die sich ständig in rasender Geschwindigkeit regenerierenden Ressourcen wieder so rausballern, ohne dass ihr euren Tanks die Agro klaut. Ich mein zum Beispiel ein Schurke, der konstant meucheln kann, zieht gut und gerne mal die Bedrohung auf sich. Umso mehr Agro der Kriegertank also aufbaut, umso mehr Schaden können die D-Dees machen. Umso schneller die Waffe, umso öfter kann der Krieger heldenhafter Stoß spammen, da Wut keine Rolle spielt. Hierfür bieten sich extrem schnelle Waffen, wie zum Beispiel Ascanders rechte Klaue mit dem Brock von dem Boss Magmada aus dem geschmolzenen Kern oder auch Alcor Sonnenschneide, was ein Random Epic Drop ist, extrem an. Als blaue Alternative wäre Finkels Kirschner Messer auch definitiv eine gute Wahl. In BWL treffen wir natürlich nicht nur auf diverse Bosse, sondern auch auf zahlreiche Trash-Gegner. Einige dieser Diener, die Aufseher der Todeskralle, sind dabei extrem anfällig gegen eine der bekannten Zauberschulen Feuer, Frost, Arcan, Schatten und Natur. Zauber dieser Zauberschule verursachen um 300% erhöhten Schatten. Der Schaden der vier anderen Zauberschulen wird dafür um 75% reduziert. Ihr seid also zum Beispiel ein Hexenmeister und die Aufseher der Todeskrallen haben 75% reduzierten Schattenschaden, dafür 300% erhöhten Frost Damage, da seid ihr froh, wenn ihr einen Zauberstab mit Frostschaden dabei habt. Welcher Aufseher der Todeskrallen für welche Zauberschule anfällig ist, wird bei jeder Instanz an die zufällig festgelegt. Ihr müsst die Anfälligkeiten bei jeder Trash-Gruppe mit Aufsehern also zuerst herausfinden und danach Möglichkeit Zauber der entsprechenden Schule nutzen oder einen passenden Zauberstab einsetzen. Priester, Magier und Hexer, die im Umgang mit Zauberstäben geschult sind, können sich bereits jetzt Zauberstäbe für alle Zauberschulen besorgen. Macht euch das Leben beim Trash definitiv einfacher. Der letzte Boss aus BWL oder auch Nefarian genannt, welcher zugleich der Sohn von Todesschwinge und der Bruder von Onyxia ist, lässt in einer Zwischenphase des Kampfes und tote Skelette auf einen Schlag auferstehen und schickt diese auf euren Raid. Eure Aufgabe ist es jetzt, diese so schnell es geht zu sammeln und wegzubomben. Das Item Heiliges Wasser von Stratholm erleichtert euch diese Aufgabe ungemein. Je mehr Raidmitglieder sollen Wasser auf die Untoten ballern, desto besser. Besucht also Stratholm und farmt heiliges Wasser, ihr werdet es definitiv gut gebrauchen können. Wo wir auch gerade eben beim Nefarian Kampf sind. Ab Phase 2 des Kampfes setzt Nefarian sogenannte Klassenrufe ein. Hexer lassen zum Beispiel Infernal spawnen, Droiden werden automatisch in die Katzengestalt verwandelt und können nicht mehr heilen, Magier verwandeln Raidmitglieder in Schafe und so weiter. Den Jäger trifft es hier allerdings besonders, da der Hunter-Klassenruf die Fernkampfwaffe des Jägers zerbrechen lässt. Das bedeutet, ihr steht anschließend ohne Bogen bzw. Armbrust oder Schusswaffe da, da diese Nullhaltbarkeit mehr hat. Dadurch habt ihr eigentlich nur eine Option, sobald der Boss den Jägerruf ankündigt, legt ihr eure Waffe in eure Tasche. Das funktioniert ganz gut mit einem Magro, welches ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Dadurch wird eure Fernkampfwaffe einfach an den ersten Platz eures Rucksacks gepackt. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass dort noch kein Item liegt. Die andere Alternative wäre natürlich, weitere Fernkampfwaffen dabei zu haben, was ich euch aber so oder so empfehlen würde, da ihr sonst beim zu späten Einpacken ohne Waffe da steht und erstmal via Rap-Bot oder Rückreise in die Stadt reparieren müsst. Die allgemeine Vorbereitung ist das A und O. Seid auf jeden Fall gut ausgerüstet, am besten habt ihr schon einige Teile aus dem geschmolzenen Kern und Onyxia und der Rest ist zumindest so in Richtung Pre-Raid-Best-In-Slot. Auch gute Raid-Addons wie Deadly-Boss-Mods oder andere kleine Tools können euch sehr behilflich sein. Schaut dazu gerne mal in mein Raid-Addon-Video rein, welches ich euch oben rechts im Eck verlinke. Es hat zudem immer mit genühen Consumables wie Buff Food, Mana Tränke, Dunkelruhen usw. ausgestattet. Ich habe dazu mal ein Google Dog Files für unsere Mana Crew Gilder erstellt, welches ich euch mal in der Videobeschreibung verlinke. Dort habe ich versucht aufzulisten, welche Consumables es für welche Klassen gibt. Schaut da gerne einfach mal rein, ich werde das natürlich in Zukunft noch etwas ergänzen. Speziell für BWL kann man aber noch Tränke der freien Aktion für z.B. den ersten Boss namens Razorgore in Phase 2 anpacken und somit den Flächenbetäubungseffekt zu umgehen oder auch das in Punkt 6 genannte Heilige Wasser aus Strat sowie begrenzte Unverwundbarkeitsdränke für die Add-Phase von Nefarian. Vor allem Hordler, da sie keine Paladine und somit kein Segen des Schutzes haben, haben mit dem Unverwundbarkeitsdrang einen riesigen Vorteil beim Bomben, also Magier und Hexenmeister versteht sich. Bei Chromagus sollten wiederum alle Spieler Regenerationstränke dabei haben, um sich selbst die wirklich bösen Dots zu entfernen und den Heidernman auf jeden Fall zu sparen. Schaut euch unbedingt mal Guides zu den Bossen an, so dass ihr wisst, was euch bei den jeweiligen Encountern erwartet. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig sein solltet, empfehle ich euch auf jeden Fall das YouTube Video von Kelrass, welcher in Bild, Schrift und Ton jeden Boss erläutert. Zudem verlinke ich euch eine Seite, bei der jeder Boss separat von den Fähigkeiten ab bis hin zu was welche Klasse genau tun muss, erklärt wird. Leider ebenfalls in Englisch. Ich habe mich allerdings mit meinem werten YouTube Kollegen Mosen unterhalten, dieser wird, wie auch schon für den geschmolzenen Kern, Bossguide-Videos auf Deutsch machen. Falls ihr diesen also noch nicht abonniert habt, schaut dort auf jeden Fall mal vorbei, ich verlinke euch seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Vor allem die ersten beiden Bosse, Razorgon Valestras, solltet ihr euch direkt mal genauer anschauen, auch der Unterdrückungsraum, welcher vor dem dritten Boss kommt und für mich das definitiv nervigste in der ganzen Instanz ist, sollte erstmal, ich nenne es mal verstanden werden. Dort müsst ihr als Raidgruppe durch, Mobs bomben, Schurken müssen die fallen, die euch slowen und eure Zauber in Angriffszeit erhöhen, deaktivieren und so weiter. Die kommenden drei Drachenbosse sind dann wieder relativ einfach zum verstehen, bis wir mit Chromagus, dem vorletzten Boss, wohl einer der härtesten Hausnummern in ganz BWL haben. Für diesen müsst ihr sogar Stundenglassand, ein Item, welches vom Trash-Drop looten, um eure Main-Tanks, Hunter und Heiler von einem Stun-Debuff zu befreien. Ich will allerdings nicht mehr ins Detail gehen, da es sonst einfach für dieses Video brutal den Rahmen sprengen würde. Schaut euch einfach mal die Guides an und informiert euch über die Bosse. Natürlich wird von mir auch noch das ein oder andere speziellere Video zu BWL erscheinen. Lasst mir doch super gerne einen Daumen sowie ein Abo da und drückt die Glocke, dass ihr keines meiner Videos verpasst. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und immer genügend Mahnertränke mitnehmen, man weiß ja nie.